Grundsätzlich ist es so, wir machen unser Ding. Heute waren 37.000 da, die das begeistert fanden. Ich denke, in der Liga werden wir auch immer wieder mal richtig gut besuchte Spiele haben. Wir spielen unseren Fußball. Du kannst im Leben nicht immer bloß darauf hören, was andere meinen. Solange sich diejenigen, die das auch kritisch hinterfragen, wirklich kritisch damit auseinandersetzen, kommt vielleicht der eine oder andere dann wirklich auch mal drauf, dass hier nichts Böses passiert, bloß etwas anderes.